Servus und Her. Willkommen zu einer anderen Gemütungsrunde. Adios auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass alles geht, ist soweit gut. Schön, dass ihr hier reinzaut. Wir sind gerade auf dem Weg zum Abholpunkt. Mal sehen, ob das dynamische Laden weitergeht oder ob ich einfach so ungeduldig bin. Wir haben das immer noch sehen. So. Ich habe diesen Auftrag noch da. Ansonsten, Schelpengleister. Ja, das ist nur meine kleine Dua-Ausgesuchseiten zu SightHub. Also 60 Seiten. Deshalb muss es halt mal ein bisschen schneller gehen. Aber auch das wäre mein Gegen. Aber so müssen wir die Sachen hier arbeiten. Wenn ich es esse. Nicht einen Baum fahren, Schnuckel. Dann. Wenn man das ist, dann haben wir uns nicht mehr, sondern wir brauchen, wie wir es einfach intensieren. Das ist nicht witzig, das ist nicht witzig, die ist nicht witzig, die ist nicht witzig. Oh hallo, es ist nicht witzig, das ist nicht witzig... Wenn wir hier auch noch sehen, ist es alles vorbei. Okay, ich bin zurück zu Yandert, mein Motherstag. Das war der Falle. Das war der Falle. Ruck, ruck was da an, mit Sven, immerhin sagt das Spiel, er hätte das Dieb überlassen, wir haben ja so längst weg, aber ich hab ihr gesagt, ich will das machen, und ich so, okay, aber mir, du machst Gretze, ich hab ein Gretze gemacht, so, ach nö, ich hab ein Gefühl, irgendwann so ein Plastikautik einstellen. Ich hab ein, ich bin ja hingedacht, er hat mich gefallen, aber, aber irgendwie, Ich wusste ja, dass ich mich, dass du nicht so einen Gehidest hast. So wie, dass ich hier im Leben möchte. Das ist ein Prozent mehr, ich weiß. So, das ist mein Abenteuer hier, hier anzukommen. Ich denke, hier muss man mir zu sehen. Ich weiß, wie es Ja. Nein, äh, sag ich uns, ich muss ja einmal zeigen, wie man das, ähm, geliebt, da war es Ich hab nur noch in den Bilden, ich hab nur noch in den Bilden Hey, relax, sorry Ja, okay. Heute ist der Wagen, wo er stehenden Kratzer und was ist der Arbeitstier, kann man alles in der Wagen. Oh Gott, mein Pfarrer sees the idea of to get this mist where I go. Sobald wir auf dem Wagen sind, werden wir wieder die Musik einspielen. Sobald wir die Musik einspielen. Sobald wir die Musik einspielen. Sobald wir die Musik einspielen. Die Autobahn kamen mit der Abislinn, so eine ganze Sorte, bevor ich auf der Autobahn bin. Das Autobahn, der wir in Europa waren. Ich kann das Leid ausziehen, wenn wir hier brauchen. Die Böden schreiten. Der Wind ist auf Feuer. Das ist ein Leid. Ver So, dann würde ich mal sagen, so wenn man mal gut zum Eifel geht. So, dann würde ich mal sagen, so wenn man mal gut zum Eifel geht. Dann würde ich mal sagen, so wenn man mal gut zum Eifel geht. So, dann würde ich mal sagen, so wenn man mal gut zum Eifel geht. Dann würde ich mal rufen. Das wäre cool, wenn man dann noch im Becken auch ruht. Könntest du ja wissen. Das ist total geil, aber okay. So, wir machen kurz nur noch behinder. Und wir singen dann Gott vom Siege. Bis gleich. Bis bald. représente. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, all right Wouldn't lie to you, didn't matter what I do She's got a hold on me She's a little bit crazy on her weekends Dancing in her mattress And I love the way she looks in my eyes And I'm feeling like midnight's getting closer And I just wanna hold her in my arms Till the sun comes up She's a little bit country Yeah, she's my country, girl She's a little bit country Yeah, she's my country, girl So, so, wir haben nur nach 11 Uhr gemeint Stevie muss einmal schlafen Aber denk, die wird safen But my dearest man, if I'm Irgendwann düst sie halt weg Ich darf ja nicht, vor allem Das wäre es nur verboten Ich meine, die paar Meilen Kriegst du auch noch einen So, okay, Stevie, wenn du das sagst Wir machen mal so Du sagst, der Schletten muss in die Bergstadt Der wird bestimmt 80.000, 90.000 Dollar kosten Ich werde mir grad gefragt, ob das noch passt Ich werde mir grad gefragt, ob das noch passt So, tiefgewerde zu uns ist auch Sei ich mal so Ja, wir packen gleich Besprochen Hier sind's nur noch 9 Meilen Und dann lass ich den Bock zum Wirtschaft schleppen Und dann lass ich den Bock passt doch. Es lief ja nur als kein Wasser oder sowas. Ihr seht aber auch keinen anderen Abholpunkt, muss das noch mal gucken. Wo immer meine nach besser ist als Yukon, da kriegt Stevie auch noch hin. Okay. 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 gehe ich gerne zu. Das habe ich dann ganz gut erwischt. Aber ich bin von der vollere Station ausgegangen, aber passt. So, ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst du mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre nice und dann schon vergessen die Körper abgehen. Wenn du zum nächsten Mal bleibst du gesund, pass halt auf. Wir sehen uns überall dort.